Ja, das war es jetzt leider schon für heute mit unserer ersten Sendung bei Radio Dreieckland. Ich bin Charlotte Walsh und wir sind die Amnesty International Hochschulgruppe aus Freiburg. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid. Falls ihr Lust bekommen habt, bei Amnesty in Freiburg aktiv zu werden, dann könnt ihr einfach bei unserem Einsteigertreffen vorbeischauen. Es findet jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr in der Baslerstraße 20 hier in Freiburg statt. Und ja, vielleicht hat euch ja auch besonders das Thema Todesstrafe jetzt bewegt und dann gibt es für euch die Möglichkeit, in der Antitodesstrafengruppe aktiv zu werden.